so Alter, jetzt habe ich keine Leiter mitgenommen, ich bin Idiot, man Tja Wolltest du eigentlich jetzt den Bahnhof bauen, oder? Ich baue gerade die Farm hier Ah Okay Ich baue Special, ich baue Special, weißt du? Ah, hier habe ich ein Buch schonmal, okay, das ist gut Zum Enchanten, da können wir nämlich dann später mit Enchanten So Toll, Zuckerrohr haben wir hier nicht irgendwo, ne? Weizen wollte ich Holz Zaun brauchen wir nicht Hier oben rein Ähm Brauchen wir noch nicht, das hier Warum tust du eigentlich immer das Hühnerfleisch in Mops rein? Ja, Penis Ah, okay Steher Ah genau, ich wollte nochmal nach den Eiern kurz gucken Ach, was mache ich hier, Alter, oh mein Gott What the fuck, ich wollte essen, so Schonmal alles raus aus der Leiste, so Und jetzt, zaaack Ja, wahrscheinlich sieben Stacks Das wird mehr Das wird jetzt so, das ist wie so ein Snowball-Effekt, Alter So ein Schneeball Wirfst ein Ei rein Ein Ei rein Und dann legen die Hühner immer mehr und mehr Eier Da kannst du immer mehr und mehr reinwerfen, Junge Und irgendwann Quillt hier alles über Ich warte noch auf den Tag Bis hier die ganzen Hühner sich irgendwie alle rausbaggen oder so Die wagen sich ja so schon hier raus, Digga Ja, da ist schon hier Lava und noch nicht mal tief unter der, Alter, Mann Kommen wir zur Insel und dann kommen wir zu diesem Loch und dann werfen wir mal Leitern rein Warte, soll ich da reinwerfen? Leitern? Leitern, ja Ja, warte Alter Wie Lühner sind hier, bitte So Man, die fliegen alle raus, Junge Weil ich die zu schnell da reinwerfe, die Eier, Mann Da sind schon zu viele drin So Mach ich da, Alter So Alter, also wenn das keine Massenentierhaltung ist Okay So, du hast gleich mal die Aufgabe, die Hühner einmal durchzuzählen, bitte So, was wolltest du jetzt haben, Leitern 45 reichen, ne Jo Okay, easy Vielleicht bei euch ja auch jetzt gleich kurz die Zucker rauf haben Ich mach jetzt erstmal das Dach Was hast du denn hier gemacht, Alter? Haha, mach da da Erde hin Haha, what the fuck Zur Insel? Achso Ey, was machst du denn da? Was wird das hier? Ja Ah, hier, für die Armen Bisschen Essen für die Gefangenen Haha Die Sklaven, Alter Sklaven, Alter Wie wird die Farm reingebaut? Was für eine Farm? Dingensfarm Aber warum baust du die ausgerechnet auf die Insel drauf? Wie, wieso? Zuckerrohrfarm Meinst du doch, oder nicht? Ja 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 Ja, warum Ich baue die aber unter Ich baue die aber unter der Weil da noch das Fischerhaus drauf drauf soll Schon vergessen Achso Sieht das bisschen gay aus Stimmt So, äh Jetzt machen wir erstmal die Scheune Sollte ich aus Holz machen, ne? Holzdach Ja, schon So, okay, nice Nice Sache Das wird niemals reichen Wenn ich auch von der Workbench, ja sehr schön Mal mitnehmen So Ey, wieso tust du hier Couplestone rein, Digga Wir haben noch ein Steinschwert, Alter Ja, wir sind wirklich Lava, Mann Kann nicht sein So Genau, die Kühe, die haben jetzt erstmal Priorität Weil Ich nämlich Alter, was hast du denn hier gemacht, Junge? Weiß nicht Junge, dein Ernst an der Brücke, Junge Weiß nicht Dein Scheiß Ernst War ich nicht, Mann So, ich denk mal an Kühen mangelt's uns erstmal nicht Aber dafür, dafür an, äh, Zuckerrohr Vielleicht hier sind so viele Steine So, wer will nochmal, wer hat noch nicht Und dann, glaube ich Die Kiste machen So Direkt mal kurz die Eier gönnen Wir sind auch schon wieder ins Deck So, bam! Erstmal gegen die Wand klatschen Aber immerhin vier Stück So, weg jetzt hier, weg Weg, hab ich gesagt Schweine wollten wir uns noch besorgen ja ich weiß aber los sehr schön so Schafe haben wir auch schon mal ein paar jetzt kannst du hier erstmal wieder den Baum hin pflanzen weil ein gewisser Noob das man wieder nicht hinkriegt so machen wir das mal so passt was wollte ich denn jetzt nochmal machen genau die Scheune das Scheunendach da muss ich mir was einfallen lassen eigentlich bräuchte ich dafür Ziegelsteine fällt mir gerade auf also nicht fürs Dach sondern für die Seiten das Dach kommt ja aus Holz aber dann geht es ja oben noch so weiter da brauche ich noch ein bisschen ich baue jetzt mal drauf los aber kommt man hier irgendwie hoch ja perfekt perfekt sagen machen hier so und dann machen wir hier diesen wir müssen uns unbedingt Schweine besorgen ich weiß nicht wieso aber die fehlen einfach hier ja ist doch so man merkt es einfach aber das fehlen so alter ich hasse es diese Treppen zu setzen es ist so nervig ne richtige Qual wahl Digga jetzt muss ich hier erstmal wieder irgendwie hochkommen so bei mir gerade auffällt dass ich das hier eigentlich eins höher machen müsste mache ich erstmal ein Holz klotzen wobei mir fällt auch gerade auf oder ein könnten eigentlich auch das Dach wobei ne das passt glaube ich nicht so die Dachart ne ich würde nämlich dann hier so dann hier so ein Dingens so zwei hoch dass das so hochgezogen ist so keine Ahnung weiß nicht wie ich das erklären soll mache ich irgendwann mal mache ich mal so ein Haus aber hier passt das nicht so der so der Scheune ein bisschen vielleicht können wir das noch als so ein Rathaus bauen oder so fällt mir gerade ein es fehlt eigentlich in dem Dorf noch kennst du wir haben so wir haben so alles so Brennerei und so wir haben kein Rathaus kannst du auch Polizei bauen kannst du auch bauen ne wohl doch könnten wir eigentlich schon ja eigentlich nicht doch könnten wir Spaß könnten wir Spaß der Lathaus so wenn wir schon wieder ne halbe Stunde am Zocken sind Digga halbe Stunde Zeit oder schon Rast Bruder kennst du Freitag Zeugnisse easy ich auch also kriegst du Zeugnis gerendete Schule Alter ja Berufsschule da kriegst du kein Zeugnis oder nein ich geh doch nicht mal zur Berufsschule du Lutscher ach so okay du Lollipop so so oh ja also das war sehr professionell muss man auf jeden Fall zugeben ähm ja hast du das ganze Holz mitgenommen nein nicht das ganze aber die Hälfte äh da ich musste erstmal heftig nicht sind so und die sieht Killer aus Mann Junge ich hasse es kennst du willst Treppen unter dir setzen und die gehen die ganze Zeit verkehrt rum Alter richtig has kink das nervt richtig machen wir hier mal so das muss jetzt hier natürlich noch drüber hinaus Junge ich hasse es ich hasse es einfach Junge das macht mich so aggressiv das glaubst du gar nicht warum Junge ne ganz ehrlich nicht das tue ich mir jetzt nicht an ich hole mir jetzt Erde und dann mache ich das Alter hier sind überall Creeper oh mein Gott Alter hier war doch noch irgendwo einer ah da schwimmt der ah da schwimmt der ist gut 48 ist hier überhaupt nichts ausgeleuchtet eigentlich kann ja wohl nicht wahr sein Alter das ist schon wieder ein Creeper gibt es hier eigentlich auch noch andere Monster ich sehe hier jedes Mal nur Creeper Alter ja es gibt nur Creeper dass wir hier über ein paar Fackeln dranhängen da ist schon wieder einer Creeper sind mit Abstand das nervigste in Minecraft so ach was mache ich denn so ja wo wir einmal hier sind gönne ich mir gerade mal kurz die Eier eigentlich ist das richtig unnötig Farm ist soweit fertig Zuckerrohr Farm hast du jetzt mit Pistons gemacht oder was ja nein aber wer machst denn da eine Farm ohne Sinn du hättest es doch einfach lassen können nein das sieht scheiße aus soll da kein soll da kein Fischerhaus irgendwann hin Alter ja doch klar da kannst du doch trotzdem Zuckerrohr drum machen ja nein komm natürlich kann alles wenn du willst bin ich gar nicht bin ich gar nicht Marco LKL Pelti ist auch noch Manuel Neuer vor Helbig plopp plopp hier frisst das und das so ich weiß nicht wie oft ich so sage aber so ist das halt okay du bist voll am Läggen gewesen was du greifst mich an hä oh mein Gott mein Schwert ist kaputt oh mein Gott ich muss erst mal ein neues Werkzeug machen alter auf dem auf dem Brennereidach ist einfach mal ein Creeper gespawnt Junge wollen die mich den Arm nehmen das hat zwei Spitzhacken so Schwarzpulver warten wir jetzt hier okay Werkband kommt mit das hier so so jetzt würde ich sagen das Schweinendach oh man alter ich habe ja diese Musik ich baue hier einfach nur Steine aus man auf mich wachsen die hier auf die du hast eigentlich schon gesagt was hast du den Turm von letzter Folge abgerissen hast wieder war das gut naja ich habe jetzt in sechs Folgen das mache ich eigentlich hier aufgebaut und wieder abgebaut GG na gut das war es wert auf jeden Fall ich weiß gar nicht so schnell sieht das ja gar nicht aus das ist eigentlich ganz cool gemacht so sammle ich eigentlich jetzt hier jedes Mal die Eier ein jetzt begeben wir uns wieder auf das Dach ich weiß was nochmal Karlsson nee Karlsson auf dem Dach hier es gibt doch irgendwie so eine Dingensziehe alter sowas wie Pipi Langstrumpf hier Karlsson vorm Dach oder so was die hast du keine Kindheit gehabt alter ja nicht so eine schöne wie du das ganze gleich schon viel besser und wir brauchen definitiv was mache ich hier alter oh mein Gott aus Versehen so 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 gut fertig mit der Farm jetzt machen wir hier Trick 17 so hier der Boss Trick so so da kennt ihr alle noch Campinos man was für den Ding? Campinos ne kenn ich nicht kennst du nicht Campinos ist dein Ernst? ja kennst du nicht Campinos man? kenn ich nicht was tut für einer alter ich bin keine Ahnung ich bin Manuel Neuer So alter wir brauchen egal wir brauchen unbedingt hier wie heißt es noch mal? ich bin so scheiße an, ne? Lehm Lehm ist das, ne? wenn wir mit sprechen Lehm laberstuh laberstuh Junge Oder kauf dir mal ein neues Headset, dein Headset ist im Arsch wahrscheinlich. Klem. Ah, okay. Dick. Klem. Okay. Ich weiß ganz genau was du meinst. Sehr schön für dich. Ja, eigentlich weiß ich nicht was du meinst. Gleich raus, Smok, ne? Ja, ja, die Hühner hören sich so scheiße an, ne? Heul doch. This is a story. Aber bitte geh doch, Arschloch. Ich war früher auch mal Sänger in meinem zweiten Leben. Dein zweiten Leben als in deinem ersten. Beileben haben wir okay. Ich hab sieben Leben, sieben Leben sind vom Leben da. Ah, okay. Katze Zebrax. Ich glaub mal, dass unser scheiß Zucker rollt. So. Und ich hab keine Stufen mehr. Applaus.